Das ist mein Zuhause. Bei uns kann man fischen, jagen und tolle Sonnenuntergänge genießen. Das einzige Problem ist das Ungeziefer. Na ja, an den meisten Orten gibt es Mäuse oder Mücken. Bei uns gibt es... Mein Name ist Higgs. Ich wollte schon immer ein großer Wikinger werden. Denn der Kampf gegen Drachen ist unser Leben. Nein, das willst du nichts. Aber schon lass mich raus. Ich muss große Taten vollbringen. Du kannst keinen Hammer heben, du kannst keine Axt schwingen, du kannst nicht mal sowas hier schmeißen. Aber das Ding hier kann es für mich übernehmen. Entschuldigung. Von dem Machen von Shrek. Na super gelaufen jetzt. Und Madagaskar. Sei ein Braber, Drachen. Alles klar. Nein, nein, nein. Alles was wir über euch Drachen wissen, ist falsch. 2010. Wunder! Ist ja gut. Astrid ohne Zahn. Du bist sowas von fällig. Wir sind erledigt. Ein Abenteuer. Vater, ich will lieber kein Grafiekämpfer werden. Zwei Welten verändern. Du hast sie wohl nicht alle. Das gefällt mir. Ich muss dir was zeigen. Ganz stark. Na klasse, schönen Dank auch, du nutzloses Reptil. Reworks Drachenzähnen leicht gemacht. Auch in 3D. Juhu, 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 juhu. Sch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR